Wenn du gesteigst, solltest du dich nicht zu nahe treten, dass du alt bist oder so. Jetzt haben wir Rhein-Neckar-Löwen behind the scenes. Unser Tor ist an Michael Appelgren. Er ist kurz vor dem Spiel jetzt. Er konzentriert sich nochmal. Too much happiness, too much happiness. Too much happiness. Emotion pur. Deutsche Meister! Das war Spanisch. Komm schon mal! Kampirett! 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 Lohé, ohé, ohé! Kampirett, Lohé, Lohé! Kampirett, Lohé, Lohé!